Das ist doch alles Betrug, diese ganze Alternativmedizin. Alles Betrug, alles nur Geldmacherei. Ja, guten Morgen. Alternativmedizin. Das ist eine Medizin, die sich mit Alternativen beschäftigt. Da gibt es gute Alternativen und schlechte Alternativen. Da gibt es individuell passende Alternativen und es gibt Alternativen, die sind eben nicht so passend. Und dann kann man natürlich schauen, was könnte man da für Qualitätskriterien anbringen. Also Kriterien, die überprüfen, ob etwas eher als gut oder als schlecht angesehen werden kann. Und das wird echt schwer, weil im alternativmedizinischen Bereich beruht alles nur auf einem gewissen Multiplikatoreffekt. Das heißt, jemand teilt eine Erfahrung und steckt jemand anderes an, der teilt wieder Erfahrung und so weiter. Und das wäre an sich ja eigentlich eine gute Sache. Das Problem erleben in der sozialen Medienwelt, wo das beliebig gefakt werden kann. Das heißt, egal in welchen Bereichen, sei der Blog oder YouTuber, Webseiten, generell alles, was Facebook, alles was damit zu tun hat, ist beliebig fakebar. Das heißt, ihr könnt Nachrichten verbreiten, wenn ihr Geld dafür habt, die tausendfach geliked sind und ihr denkt, wow, das finden viele toll. Aber letztlich hat nur jemand dafür bezahlt. Und das heißt, das kann kein Qualitätskriterium sein, obwohl das die Essenz ist dessen, was Alternativmedizin ausmacht. Das sind keine wissenschaftlichen Untersuchungen oder in den seltensten Fällen. Das ist meist Erfahrungsteilen. Und das kann manipuliert werden. Und das Problem ist dabei, dass das eben auch getan wird. Warum? Alternativmedizin ist eine riesige Gelddruckmaschine. Eine riesige Gelddruckmaschine. Denn viele Ideen in der Alternativmedizin haben einen wahren Kern, sagen etwas durchaus Fruchtbares. Aber dann kommt die Wirtschaft, dann kommen die Menschen, die Geld verdienen möchten und blähen das total auf. Die machen aus einer sinnvollen Sache wie effektiven Mikroorganismen ein Wundermittel, was gegen alles hilft. Und das wird dann immer wieder getaucht. Es werden hunderte, tausende Fake-Accounts erstellt, um in Foren immer wieder positive Erfahrungen zu tauschen, um YouTube-Beiträge zu posten, äh, nicht zu posten, sondern die, die gepostet sind, von Firmen, Interviews, die auch wieder bezahlt wurden, um diese dann auch wieder zu pushen mit vielen Kommentaren, mit vielen Daumen und so weiter. Und da muss man in der Alternativmedizin höllisch aufpassen, höllisch aufpassen. Also ich möchte keine Zahlen nennen, weil das mir einfach nicht zusteht, den Überblick habe ich nicht. Aber es erscheint mir, dass die Masse der alternativmedizinischen Hinweise und Tipps und Produkte gnadenlos überteuert ist. Und nicht, dass die herkömmliche Medizin irgendwie die bessere Alternative wäre. Nein, das ist sie in den meisten Fällen auch nicht. Es ist einfach, die Alternativmedizin ist eine sehr gute Option, aber eine sehr kostspielige Option für den Endanwender. Und daher gibt es unter anderem auch diesen Kanal, weil ich möchte ehrlich mit euch die Sachen, die ich teste, vorstellen. Und das ist das Grundkonzept des Kanals. Ich teste Sachen, ich probiere Sachen aus und ihr wisst, okay, Christian, ich habe eine gewisse Reputation bei euch, zumindest wenn ich sie habe, dass ich ehrlich und authentisch die Dinge vorbringe, weil ich auch schon oft negativ rezensiert habe. Und einfach, das ist glaube ich auch so eine Gefühlssache, ob jemand einen erreicht oder nicht. Und ja, und dann kann man damit was anfangen. Und das ist wichtig. Das Problem bei allen Social Media, bei einem Bewertungsplattform, bei einem Forum, wo ihr keinen Menschen vor der Kamera seht, wo ihr nicht wirklich ein Vertrauensverhältnis aufbauen könnt, aufgrund eurer Menscheneinschätzung, dass es immer manipuliert werden kann. In Alternativmedizin wird von vorne bis hinten groß wie viel manipuliert. Und ja, daher, also das Statement als erstes, Alternativmedizin ist die bessere Alternative in den meisten Fällen in Bezug auf herkömmliche Medizin. Aus der eigenen Erfahrung kann ich das sagen. Aus medizinischer Sicht wäre ich jetzt querschnittsgelähmt. Und ich habe damals, ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, vielleicht für alle neuen Zuschauer. Ich war gelähmt, halbseitig gelähmt. Es wurde gesagt, du brauchst auf jeden Fall eine Operation, sonst wirst du nie wieder laufen können. Ich habe die Operation nach wirklich langen Überlegungen abgelehnt. Das ging damals um Bandscheibenvorfall war das, schwerer Bandscheibenvorfall. Und ja, nach einem halben Jahr oder spätestens einer anderthalb Jahren, und nach einem halben Jahr konnte ich wieder anfangen zu laufen. Nach anderthalb Jahren bin ich wieder ganz flüssig gelaufen und laufe bis heute. Oder die Chance damals, dass ich während der Operation querschnittsgelähmt werden würde, wurde damals auf 50 zu 50 beurteilt. Und viele andere Beispiele gibt es auch noch, wo ich irgendwas verschrieben bekommen habe, beim Mittelloentzündung. Alle Sachen, wo ich nie was genommen habe, wo ich gesundet bin, wo alles gut ist, wo ich keine Antibiotikaresistenzen aufgebaut habe. Und deswegen, Alternativmedizin ist was richtig, richtig Tolles, aber es ist was sehr, sehr Teures, wenn ihr euch nicht wirklich gut informiert und authentisch informiert. Und dazu zählen keine Amazon-Rezensionen, Forenbeiträge oder sowas, sondern da zählt wirklich nur, jemanden persönlich zu kennen und dessen Erfahrungen dann als echte Erfahrungen in das Portfolio einzulagern von vielen anderen echten Erfahrungen, die ihr bekommen könnt. Und deswegen ist auch YouTube so wichtig. Und ich bin keiner, der nur hier über YouTube kommuniziert. Ihr könnt mich einmal im Monat auch im Ruckost-Potlack besuchen und mich kennenlernen, mich besser einschätzen. Und wenn ihr hier in Leipzig in einer Umgebung seid, dann werdet ihr mich zu fast jeder Veranstaltung, zu allen möglichen Themen rund meinen alternativen Lebensstil finden und euch so die Meinung dann bilden können. Ja, was man bei den alternativmedizinischen Sachen aber dann zugutehalten muss, auch wenn die sehr überteuert sind und meistens im Kern etwas Gutes haben und dann ein aufgeblähtes Produkt haben, ist, dass es den sogenannten Placebo-Effekt gibt. Das heißt, wenn man an etwas glaubt und davon profitiert der ganze Feld der Homöopathie, wenn ihr an etwas glaubt, dann aktiviert ihr eure Selbstheilungskräfte. Und das ist etwas Reales. Der Placebo-Effekt wird oft so negativ dargestellt, aber das ist etwas Reales und das ist etwas sehr Fruchtbares. Das aktiviert die Selbstheilung. Und leider sind die Menschen, die vertrauen ihren Selbstheilungskräften nicht, sondern sie sind konditioniert, sie brauchen Tabletten und dann wird ihnen geholfen. Ein super Beispiel sind die Placebo-Tabletten. Ich habe sie selber auch schon dreimal eingesetzt beim Menschen. Wie und welchen Dings kann ich euch jetzt nicht sagen, weil da wieder irgendjemand kommt und sagt, hey, 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 aber egal, Placebo-Tabletten sind Tabletten, die null Wirkstoffe haben. Ich verlinke die euch mal unten, die ich genommen habe. Und bei wem, welchen Gruppen ihr es einsetzt und was ihr damit erreicht, das könnt ihr für euch selber entscheiden. Aber die Tabletten sind komplett ungefährlich. Es sind einfach Tabletten und sie können auch an Kindern benutzt werden. Aber die Problematik dahinter ist, dass die Menschen, dass du dieses konditionierte Bild, die Tablette hilft mir, dass du das dann nutzt und stärkst. Deswegen würde ich persönlich nicht an Kindern einsetzen, weil Kindern kann man noch sehr viel Gutes mitgeben. Aber bei älteren Menschen, bei Menschen mit starken Depressionen, mit Wahrnehmungsstörungen, das meiner Meinung nach sind die T-Tabletten oder P-Tabletten, je nachdem, es gibt da verschiedene Sachen, sehr gut geeignet. Und der Placeboeffekt ist etwas, was die Alternativmedizin nutzt. Und deswegen geht es auch wirklich vielen besser mit der Alternativmedizin. Das liegt gar nicht mal an dem Produkt, sondern eben auch an dem Placeboeffekt. Bei der Alternativmedizin möchte ich auch noch ein bisschen darauf hinweisen, dass vieles, was aus der Alternativmedizin kommt, wie auch natürlich Tabletten und so weiter, nicht nur keine Wirkung haben, sondern auch tatsächlich gefährlich sein können. Und da tue ich unter anderem kollodiales Silber. Das ist wirklich so eine Sache. Das wird derzeit so exorbitant in Massen verschlungen. Andererseits hat man totale Angst vor dieser ganzen Nanotechnologie und diesen kleinsten. Das kollodiale Silber, das durchtrinkt alles. Und ich mache dazu auf jeden Fall noch ein eigenes Video. Aber kollodiale Silber, echt Vorsicht, wirklich Vorsicht. Und auch bei anderen Dingen, die als Heilmittel gepriesen werden, echt Vorsicht, Vorsicht. Da zählt zum Beispiel MMS. Das ist auch eine Sache. Da sollte man sehr vorsichtig sein. Habe ich schon ein Video gemacht. Also da auch aufpassen bei der Alternativmedizin. Ich bin jemand, der einen alternativen Lebensstil hat. Und Alternativmedizin müsste eigentlich so wie so ein Button an meiner Brust sein. Und müsste alle sagen, ja, ist alles cool. Aber genau daran erkennt ihr im alternativmedizinischen oder generell im alternativen Bereich die Leute, die einfach nur von der Anerkennung leben, dass sie alternativ sind. Sie posten die Blasen in das Horn, in das alle Alternativen plant. Die Medizin ist alles scheiße. Und wir werden unterdrückt. Und es gibt eine große jüdische Gemeinschaft, die uns da alle manipuliert. Und es ist alles so dieser alternative Mainstream, wo man sich wunderbar eingliedern kann, genug Follower findet, um dann eben seinen Platz als Buchautor, als YouTuber, als Person der öffentlichen Wahrnehmung zu manifestieren. Oder Produkte zu verkaufen. Und entsprechend, ja, versucht, was ich immer wieder anrege, zu differenzieren. Versucht zu differenzieren. Und nicht alles, was alternativ ist, ist gut. Das ist so ein bisschen das, was ich eigentlich in dem Video sagen möchte. Nicht alles, was alternativ ist, ist gut. Und schaut kritisch hin. Und schaut aber auch nicht zu kritisch hin. Es gibt dann Menschen, die sagen, Alter, Medizin ist alles schlecht. Also, das ist eigentlich so einfach. Das ist eigentlich so einfach. Schaut euch, wenn euch wirklich was interessiert, ein Thema. Geht in die Tiefe. Schaut euch idealerweise erstmal so den wissenschaftlichen Konsens an, der in Studien sehr gut herauslesbar ist. Versucht dann möglichst wenig selektiv rauszulesen. Und dann persönliche Erfahrungen von Leuten, denen ihr wirklich vertraut, die ihr kennt. Fügt das zusammen. Und wenn das dann Bilder gibt, das ist eine gute Grundlage. Aber versuch das nicht, nur weil sehr viele, ich sag das mal aus meinem Bereich, weil ich jetzt YouTuber bin, versuch das nicht aus, nur weil sehr viele YouTuber was dasselbe sagen, heißt das noch lange nicht, dass es korrekt ist. Schon gar nicht, wenn das YouTuber sind, die du ganz klar einem Segment zuordnen kannst. Also, ja, da, manchmal haben sie es ja direkt schon im Titel stehen. Also, ja, also, gut. Das soll es für mich gewesen sein. Alternativmedizin möchte ich gerne mich so ein bisschen distanzieren, ein bisschen zur Vorsicht aufrufen. Allerdings auch sagen, dass ich das als sehr, sehr etwas Positives sehe. Differenziert halt. Mal sehen, ob, oder ich weiß, ihr, zumindest der Großteil von euch, kann damit was anfangen. Das erfreut mich immer wieder, dass es tatsächlich, dass mein Kanal so eine Nische ist, wo sowas existieren darf. Wo eben nicht dieses unreflektierte Bashing und Recht haben und dat, 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 dat. Sondern wo man einfach mal die Dinge ansprechen kann, auch mal ein bisschen Raum geben lassen kann. Und das ist absolut so Herzensding. Und das wird sich bei mir nie ändern. Das, nie, niemals. Also, da, das stößt mich richtig ab. Das stößt mich richtig ab, wenn ich andere Kanäle sehe, die wirklich immer nur, immer in dasselbe Horn blasen. Und das muss nicht, jetzt scheinen die alternativen Mediziner, oder die alternativen Kanäle das so ein bisschen von mir abzukriegen. Nein, ganz und gar nicht. Es gibt natürlich genauso die, 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 die andere Sache, die halt irgendwo ihre Interesse, sei das der Fußballverein, der der beste Fußballverein ist, alle anderen sind scheiße und dann wird sich da geprügelt und recht und wird betrogen. Oder jetzt in meinem Bereich die Ernährung sein, wo es halt dann Menschen gibt, die halt wirklich ständig immer nur dasselbe wiederkäuen und gar nicht offen sind für andere Dinge. Ich rede zu viel. Ich rede zu viel. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Anregung geben. Und ja, wir sehen uns morgen wieder. Christian, tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und zum Morgen!